Bei mir, Ivy. Sorry. Easy. Okay, der letzte fehlt. Vielleicht kommt der Backline jetzt mal. Ja. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu den Guardians-Missionen mit Big Wallin. Hallo. SSG-Missionen, 20 Enemy-Kills. Easy. Das wird dann eher einer der leichtesten Übungen hier für uns, ich weiß. Alter, wie sind da alle stehen? Oh mein Gott, die haben ja jetzt schon Scouts. Alter. Auf einmal haben sie Pistols unter uns direkt. Sie trauen sich nicht zu legen. Oh mein Gott, die Mission wird ultra schwer. Aber du machst das jetzt easy. Locker, Mann. Hä, ja Schweinepriester, wo lauft ihr rum? Einer legt, fuck, wo, 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 wo. Nein. Ich weiß nicht, wo der legt. Ich habe halt aufgehört zu legen, okay. Zeig mal, was machen sie? Nein. Nice. Oh Mann, was für eine Schwitzerrunde. Aber hier oben ist man irgendwie auch geil gesaved. Was? Das gibt es nicht. Ich habe die Hubschritte übrig. Nice. Okay, komm, leg die Bombe. Aha. Nur noch eine. Jawohl. Er kommt, was? Alter, ist das ein Pistar oder was? Fuck, Mann. Das war lucky, dass sie dich vorhin direkt weggedrückt haben. Einer hat Hit. Boah, die haben Opfersicht. Ich bin low, ich spiele. Ich zeige mich jetzt gar nicht mehr. Oh mein Gott. Nur einen gesehen. Vielleicht kommen die bei den Trains. Komm, ich habe manchmal von denen nur ein paar Waffen und der Rest hat irgendwie Glock. Oh Gott. Alter, er fragt mich einmal an. Was für eine Ratte. Der kam direkt hoch, ne? Das ist satt. Ja, so richtig so. Nice. Oh mein Gott, ich habe an ihm vorbeigehen. Ich gehe mal runter. Euer Plan. Okay, ist tot. Scheiße. Was haben wir, Frack? Ich muss kurz nachladen, muss kurz nachladen. Ich gehe runter. Jawohl. Also ich habe jetzt alle Granaten am Start. Vielleicht können wir hier sogar eine Smoke so platzieren, dass sie uns durchgehend deckt. Weißt du, dass wir diesen Trick nutzen können und wir aber alle einfach abknalltchen können. Hier hin. Oh Gott. Ja genau, da an den Rand. Ich weiß nicht, dass da keiner hochkommt. Jo. Okay. Oh fuck, jetzt haben sie mich getroffen. Ich bin Low HP. Einer ist beim Train. Okay, Bombe wird gelegt. Nein! Scheiße, weil ich war auch gerade auf seinem Kopf. Scheiße. Nice. Oh, voll am Head vorbei. Alter, Team Action. Unten beim Train ist einer beim Grünen. Da liegt die Bombe. Hat Hack. Ich meine ich. Geh's down. Kommt hier. Oh my god, das ist nicht mehr. Ich will bring it. Nice. Shit, man. Hat der mir Angst gemacht. Der Tyler. Oh, Backline. Er hat gefressen. Er kommt vielleicht direkt. Ich weiß es nicht. Einer hat gefressen. Das ist ein Dones. Er kommt hoch. Wow. Oh, nice. Der Sack wollte es jetzt echt wissen. Nice, man. Low. Team AP. Noch einer. Nice. Jetzt habe ich die Mafeu. Scheiße. Ah, nein. Sie sind hier. Ich hätte jetzt fast sterben müssen. Nein, damit ich 100. Ja, das stimmt. Und wieder Backline. Oh, ey. Sie gehen mir direkt. Ah, das geht. Scheiße. Oh, fuck. Ich kann mich ja sogar hier hinstellen. Ja, die kommen da. Einer ist noch hinter uns. Einer ist in unserem Baum train. Ja, das passt. Es ist geil. Es ist geil, wenn ich hier stehe. Weil hier kann ich ganz, ganz früh sagen, von wo sie kommen. Weil ich sie bei Mitte sehe und bei Ding höre. Wie heißt es hier hinten? Ivy. Ivy, genau. Man kann voll weit reingehen. Bei mir, Ivy. Easy. Okay, jetzt der letzte fehlt. Vielleicht kommt der Backline jetzt gleich. Ja. Oh. Die kommen wieder hier bei Mitte. Shit. Shit, man. Scheiße. Shit, shit, shit. Alter. Der letzte ist zwischen den Zügen. Er läuft einfach am Zickzack. Will er mich verarschen, ey. Nice. Ich hab den nicht bekommen. Ah, die sind hier durch bei den Zügen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Der treibt mich in den ekligen Bereich. Nice, danke. Einer ist am Zug. Der Rest kommt bei diesen Bauen. Die gehen hinten rum einmal. Nur noch drei. Shit, man. Was? Der hat mich durch den Atomspalt gekillt. Die sind noch bei... Also, der letzte ist hinten bei Ivy. Ich glaube, der hat gefressen. Warte mal, wie heißt der? Kyle? Nee, Kyle hat mich natürlich nicht getroffen. Ich bin mit einem einzigen Schuss gestorben. War ich, glaube ich, in J.P. oder was? Nein. Ich komm ran, ich komm ran. Warte. Ich seh den. Weißte, die sind gerade unter dem Fenster. Einer spätet. Shit. Einer kommt zu dir hoch. Vorsicht. Oh, hatte ich schon angesprochen. So unlucky. Nice. War das da? Ja. Nur einer. Er fragt mich an. Ich bin fast tot. Scheiße. Ich muss zu dir hochkommen. Ich habe ich das Scharf hier zur Lloyd. Ich gehe ins T-Quot. Ich bin jetzt... Nein, fuck. Hier ist blau Bereich. Okay, warte mal. Noch einer. Kommt hoch. Oh Gott. Oh, einer ist noch mit irgendwo. Nice. Nice. Kam ja schon im Flick gleich. Ich komm wieder mit hoch. Das ist scheiße, wenn ich da außen stehe. Ich hab da noch ein Scherz. Er legt, er legt, er legt. Ist angefrackt oder tot. Oh, ich dachte eben, du willst da unten laufen, ne? Er ist mein Connector. Nein, 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 nein. Versuche den No-Scope wegzuholen. Nice. Ich dachte, ich kann jetzt easy klatschen, ne? Dann gehe ich runter und treffe ihn nicht. Keinlich. Du Scheiße. Gebe ich hier auf jeden Fall mal einen Molli runter. Oder late. Alle Falle. Der No-Kill ist in die Kiste. Nice. Oh, nice. Alter. Pass auf. Vielleicht... Na ja, ich warte ab. Nice. Okay, locker. Locker. Ich hab ne Autosnipe, what the fuck. Einfach so ultra safe, wie es nur geht. Im Pupp verschanzen, ne? Zwei Kills. Das wär cool, wenn... Ja, sie kommen direkt hier. Erstens down. Ja! Also ich fand die Revolver-Mission deutlich schwieriger als die hier. Zwei fette Drops bekommen, so muss es sein. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Bei Big Walling gibt es die letzte und die nächste Folge. Macht's gut. Werden wir die letzten Worte? Cola.